hallo herzlich willkommen ich bin samtex wookie und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren folge black ops 3 diesmal auf der playstation und ja ich zeige euch den erfolg rator sprich alle sammelstücke finden 56 an der zahl und wir haben es ganz gut gemacht dass ihr die teile alle findet das sprich markante punkte und so weiter steht oben auch immer dran wir haben es hingeschrieben welche mission es ist welches teil es ist ihr könnt bei euch auf start schauen welche teile ihr schon gefunden habt solltet ihr alle teile haben und mission läuft einfach speichern und beenden ihr müsst die mission nicht fertig spielen und dann einfach die nächste mission auswählen und dann neu suchen und dann ist das eigentlich gar kein problem ja dann schwafel ich euch nicht mit ich wünsche euch viel spaß dabei haut rein job euer woki das ist ausgeschaltet ich bin am steuer geh ans geschütz wir haben keine zeit mehr und das ist ausgeschaltet Gut gemacht. Die Party ist noch nicht vorbei. Bewegung! Botzelt auf den Waggon! Verleg sie! Übernehme den Technikraub unterhalten! Unter! Feind leert sich! Wir sehen dich auch als Feind. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Jetzt wird ein guter Feindpunkt! Verstanden, Hendricks! Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Kane, wir nähern uns der Kommandozentrale. Melden uns wieder, wenn wir aufgeräumt haben. Macht besser schnell. Wir erhalten schon Berichte, dass die CDP präzise Informationen zu den Schwächen unserer Verbündeten Truppen hat. Das bedeutet schwere Verluste für uns. Wir sehen euch hier. Wir sehen euch bei Colorado in meinem Neue Russell. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020